Das Band startet innerhalb der nächsten 80 Sekunden. Start! Okay. Ihr seht hier, die Fahrer können schon wirklich was an der Flanke oder sieben jetzt auf einer Fernschnurruktion. Aufpassen. So, danke schön. Hier vorweilen lassen nach einem kleinen Fahrfehlern. Aufpassen bitte. Ja. Super, jetzt ist es hier vorne auch wieder auf Position 3 und 4. Eingewohnt. Der Sebastian auch sehr, sehr gut unterwegs hier. Bleibt am Kai O dran. Die Rückseiten sind sehr gleich. Das ist hier eine tolle Linie. So, Helfer bitte. Reinlegen, hier reinlegen. Hier reinlegen. Und weiter jetzt. So, jetzt haben wir den Runden bereits. So, bitte die Strecke verlassen. Vorweigefangen. Ja, da ist der Kai O. Und den Händler ist gut vorbei. Verstellt. Ja, verstehe. Ja. Ja, verstehe. So. Da haben wir die Verständnis für unsere freiwilligen Helferkosten. Viele von meinen Schülern sind heute das erste Mal aus einer Rettveranstaltung. Und müssen jetzt mal schauen, wie das Ganze hier abläuft. So, jetzt hat das Fahrzeug Ende der Lagenkarte. So, jetzt ist das mal' eine Rettverstaltung. Sondern die Lagenkarte. So, jetzt ja. So, jetzt da. Ist das gleich besser. So, jetzt da. So, jetzt bitte. So, jetzt Q.